hallo und herzlich willkommen hier zu entschroudet es geht weiter jo ich bin schon mal wieder hier in richtung westgebeamt sozusagen wir waren ja das letzte mal hier unten drin den einen schrein haben wir gefunden den anderen hier leider nicht der war irgendwie nicht auf dem richtigen level wo wir halt hin sollten jetzt versuchen wir nach möglichkeit da oben bei naja stimmt da kann man ja nun ins meer runter war da um den felsen rumlaufen können vielleicht haben wir vielleicht größere aussicht chancen schätzen macht mir aus der mais läuft da aus damit können aber den drang ja noch benutzen wenn man noch es ist ein tiger woher soll das hat man sich mehr wie kunsten angehört aber wir versuchen es mal auf der seite das bild im erst mal runter müssen da haben wir jetzt hat berg massiv eine hier ist ein durchlass diese höhen passage Hier sind auch keine Viecher, das ist halt das, was mich verwirrt, ne? Ja, diese Höhlenpassage führt dazu mir erstmal. Ja, da haben wir den Schrein gefunden gehabt. Und dann haben wir das Problem, dass wir jetzt mir erstmal müssten, ne? Das will ich aber nicht. Ich komme nicht nach oben, ne? Ne, da müssen wir wieder zurück. Das hat keinen Sinn. Diese Passage, naja, ist nicht so passagisch, wie ich mir das vorstelle. Ich stelle mir halt was anderes vor, an der Höhlenpassage. Die sind sehr verzweigt, verwinkelt. Und ich verlaufe mich da immer. Also das ist standardmäßig in dem Spiel ja sowieso. Und ja. So, ja, unser Ausgerutschhof haben wir ja wieder, ne? So, ja, haben wir wohl da einen Weg. So, ja, dann laufen wir mal am Weg entlang, oder? So, ich weiß nicht, wir könnten nochmal gucken, aber wir waren ja oben drüber, an dem Schrein. Weil die Aussichtschancen, das werde ich vielleicht mal ausprobieren, mich oben, wo so ein Schrein sein soll, draufstellen, genau auf der Markierung und dann greife ich mich nach unten. Ohne da dann direkt die Höhle zu besuchen, nicht? Da habe ich nicht den Bock drauf, das ist, ja, klappt einfach nicht. Ne, es wäre halt wirklich schön, wenn ich Sprengstoff herstellen könnte. Das wird wahrscheinlich auch gehen. Vielleicht auch mit dem Kessel, ich weiß es ja nicht, da gibt es da wieder neue Rezepte. Da, ja, Brücke vielleicht brauchen wir aber da mal. Ich mein, wenn euch die Vögel zu schnell sind, dann versuch ich den Bogen. Aber, ich mein, die Hühner sind wirklich neu gewesen, also die sind irgendwann mal mit reingekommen ins Spiel. Grüß Gott. Hi! Segel, äh, Sebelklantiger. Genau, Segel. Ha! So, das da... Moment mal, ist da eine neue Barte? Das kann nämlich gut möglich sein, ne? Wir haben noch nicht alle Warten gefunden, das ist mir auch klar. Genauso, wenn wir noch nicht alle Wurzeln gequillt haben, natürlich. Aber gebietsweise gibt es da was. Warte mal. Na, ich wollte das nicht. Ja, aber die hauen halt sofort ab, wenn die merken, jo. Da wird einer auf uns abziehen. Das wär schon witzig, wenn die eingefroren wären, wenn man die mit dem Pfeil trifft, ja. So ein Frost-Effekt. Na, geh fort. Ja, der ist weg. Der ist jetzt weg. Warte mal. Aha! Ja, immer wenn ich so ein Pfeil ziehe, dann verbrauche ich schon Mana. Okay, der hätte noch mehr gebraucht. Also das ist ein bisschen blöd, finde ich tatsächlich. dass das Mana verbraucht wird, auch wenn man den Pfeil nicht abschießt. Das ist eigentlich so ein Thema, wo eigentlich nochmal nachgebessert gehört. Aber das wird so ein komisches Gewölle hier, wo da rumfliegt. Eier. Okay. Da wird der Vogel die Eier aus dem Leib klopfen hier. So. Genau, jetzt haben wir wieder ein bisschen Vogelfleisch. Jetzt können wir wieder grillen. Das ist nicht das beste Fleisch momentan, was es geht. So, ja. Sehr schön. Wir können jetzt hier... Und hier ist eine Warte auf jeden Fall. Eindeutig. Eindeutig, zweideutig. Ja gut, die Warte könnte ich... Die müssen wir machen eigentlich, weil... Dann haben wir, glaube ich, da einen Beampunkt. Nein! Äh. Mist. Hier ist eine Spalterei gelogen. Ja toll, da muss ich mich rausbuddeln. Das ist so ein Quatsch hier, also echt. Ach, ja mit Sprengkraft wird alles einfacher. Da könnte man sich so dritte bauen. Und auch Spreng. Einfach wie das rausgegraben hier. So ein Blödsinn, ey. Ich hab schon gedacht, ich wäre weiter runtergeflogen und smier's mal rein. Das hätte er noch gefehlt. Das will ich eigentlich auch gar nicht. So. Wollte eigentlich nur gucken, ob wir hier... Irgendwie. Aber ja... Man könnte es versuchen, aber nehme ich immer auf Sicherheit. Heißt das eigentlich auf Nummer sicher oder auf Nummer sicher? Also das habe ich nie bei dem Spruch gewusst oder verstanden, ob das auf Nummer sicher heißt oder auf Nummer. Also nun mal sicher halt, ne? Und da... Soll ich damals ein Räuber sein, ja. Das können wir aber auch nicht machen. Wir brauchen noch eine Alba nach für die Bäuerin, damit wir das bauen können. So, das sieht gut aus. So, das ist Dorf. Stand dort unten. So, das ist mir auch klar. So. Der Ruhe, äh, Rauenblick. Was ist denn das hier? Paprika. Wird von Säbelsandsziegern bewacht. Ich mein, wie gesagt, wir sind Tierfreunde, von daher, äh, machen die uns nicht. Hier ne, ne elende Holztruhe. Teilbränke, jo. Sammle ich mir jetzt einfach mal. Hä? Was ist denn das? Versteinete Leute? Ja, versteinete Gegner. Okay. Da fallen immer so an den Dings. Interesting. War da etwa die, äh, wie heißt die Chimera oder die Dreiköpfige oder sowas? Oder Hydra, Hydra. Ich hab die Hydra, wo, 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 wo Leute verschweinert. Ach, ich weiß jetzt nimmer. Ne. Hau ab. Ich brauch dich jetzt grad nicht. Ach, schönes Bett. Schade, dass man's nicht abbauen kann, ne? Irgendwer schnauft da wieder so. Wie so ein Astverkranker. Hä? Hä? Hier ist ein Miasma drin. Interessant. Okay, hier geht's auch runter in den Keller. Hier ist ein Buch. Äh, neue Geschichte sei das. Das Miasma, das Exion der Exierbrunar. Hexerin Ikora. Äh, hieß die Ikona? Naja. Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden. Äh, das weiß ich. Die jahrelange Einsamkeit hat mir den Verstand geraubt. Die Leere. Der Schlund. Im schwarzen Kessel lauernd abwartend. Dichtdrehend. Er vernebelt mir den Verstand mit seinem süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir. Üstert. Ich verstehe nicht, was er sagt. Aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer. Hungrig. Wir ähneln uns. Ikora. Okay. Ja. Das geht immer noch nicht. Dass man da das anklicken kann. So. Okay. Ne, doch nicht. Das ist nur einfach. Ja. Ein Leuchtkill. Viertenkampfstab. Ja. Mein Wegen. Gehen wir zerlegen. Und da ist noch eine Notiz. Hier ist der Boot Dings da. So. Genau. Das ist das nächste Ort. Ah. Das ist wieder für eine Quest. Ich habe das. Äh, was? Ich habe geschrien. Und die Lehre hat geantwortet. Der Schlund war ausgehungert, als er meinen Namen rief. Einsam. Sehnsüchtig. Wie ich. Ich hatte keine Wahl. Und er wusste es. Gefangen zwischen Zähnen, so scharf wie Rasiermesser. Meine Flanken zerschnitten und aufgerissen. Ich rutschte unter seine Zunge und drehte mich. Ich erstickte an seiner Wärme. Er hält mich in seinem Inneren fest. Wir sind gleich. Wir sind eins. Wo ist mein Fleisch hohl? Eine Grube. Ich bin eine leere Grube. Ausgehungert. Ich bin nichts. Die Abwesenheit. Die leere. Die wenigen. Die vielen. Alle. Der Abgrund zählt. Ja. Also das ist ja wirklich schon wirkend. So. Kein Meersma. Ach so. Jetzt haben wir kein Meersma. Wobei. Das ist ja schon wieder. Der Ende. Der Keller wurde hier. Ja. Zerstört. Wir haben ja Gegner. Tschüssi. Und überall hier versteinerte Kreaturen. Das bringt gar nichts. Die kaputt zu machen. Nochmal Paprika. Ja. Das wäre auch einer. Aber der ist nicht reif. Den kannst du ausreißen. Okay. Der Raunblick. Aber das blinkt immer noch. Also hier ist auch noch irgendwas. Irgendeine Quest. Der Brunnen ist cool. Na der Schöpfer. Kleine Wasser. Ne. Das muss man ausnutzen. So. Wahrscheinlich gehen da auch nur 10 raus. Oder so. Ja. Mehr ist noch nicht zu holen. So. Jetzt gucken wir mal. Ob hier noch irgendwie eine Nachricht. Eine Botschaft. Dass da was ist. Dann. Naja. Geht mal entwegen. Das war ein Nägel hier oder? Ja. Ah. Hier ist das Klohäusle. Na gut. Meitwegen. Wir sammeln mal alles ein. Was hier rumfliegt. Ich muss mal gucken, was jetzt hier für eine Quest ist. Äh. Ichora's Werkstück ist leer und der Raumblick ist voller seltsamer verkeilter Statuen. Vielleicht hat das mit Ikoras Experiment mit dem schwarzen Kessel der Tun. Die Spur der Statuen könnte zu ihr führen. Oh. Äh. Äh. Habe ich jetzt natürlich nicht die Dings hier. Die mischte Steine. Äh. Normatenanhöhe. Aha. soll das haben aber der wahrscheinlich schon wieder unter unserem level der fliege und der flamme ich kleidung finden das interessiert gar nicht haben wir ja das schild haben wir eh schon jetzt noch ein eisen eisenmine kuppenmine eisen verlistenforschung ja gut aber die andere also wie gesagt es ist hier eine quest markierung die blinkt hier aber ich kann hier nicht erkennen dass hier was sein soll nein ist nett das finde ich gut hier ist noch was zu lesen das fleisch ist wille auch die hexenikora die zellen kontamieren was die zellen kontaminieren nicht nur sie absorbieren in dem sie natürliche materie abbauen und in etwas neues verwandeln schaffen sie einen kreislauf energie und wachstum ich muss es verstehen ich muss mehr mit den märz versparen experimentieren genau erfahren wie sie funktionieren ich würde mich am liebsten hier verschanzen in ruhe arbeiten als bei den dorf wohnen zu verweilen sie kostet mich nur die letzte energie die flüssigkeit im schwarzen kessel die dreht und dreht sich und dreht sich die löst ihn auf der flist ihn ändert ihn einmal habe ich zu lange hinein gestarrt ich dachte ich spüre wie sie zurück starten vielleicht bin ich in dem alter einfach zurückgeworden oder einsam ich war die markierung immer noch ja jetzt ist es finster hier hat einmal wo war ich vor was dinge rum ist da hochklettern na toll dankeschön das hätte ich nicht gebraucht ich asse spinnen aber wir können ja schlafen leute wenn das kann nämlich natürlich gern was ich bin mir hier geben es ehrlich denken wir sind immer nice ich hätte halt gern mal welche stärkeren die länger dauern hier kann man schnarchen hat er ja erst der knochen weg da dass ihr wieder was seht und ich auch das ist ja echt nicht mehr feierlich ja hier sind halt wirklich schöne betten mein gut wir kriegen hier kein ausgeruht dadurch weil wir jetzt keine wärme da haben aber das wäre eh kein so hohes komfortlevel achso hier sind wir kaputt noch ein helles ist der wegen lohnt ist tatsächlich auch ab und an die sachen jetzt das hat wenn man da auch wenn du natürlich unser toll kaputt geht darüber kann das vorbeugen immer sagt man nimmt dann die andere axt hier weil die halt nicht durchschlägt ne ja oder ihr sagt ihr nehmt halt die hier die haben dann aber eine große axt das ist natürlich stein ich glaube das können wir auch schon bauen das zeug da ich kann ja wieder wegschmeißen die man manchmal doch diesen regalen das ist auch lustig sollte immer wieder gucken dass erhalten kleider öfters benutzt ne weil man fällt öfters immer gern auf die fresse wie man denkt warum ich hab dir gar nichts getan ich hab dir gar nichts gemacht sowas aber auch das fleisch will ich nicht und jetzt aggro geworden hier auf mich komischerweise die ratten auf mich habe ich gar nicht angegriffen leute aber wo ist es denn aha man vertrifft wieder ja auch nicht ne na die ratten nämlich auch nicht ich bin schon alles an warum ich war aber was ach da was ein haken da hinten drin interessant hat er bringt so nicht viel warte mal erst dann innen drin aber hier ja gut da gibt es manchmal wasser oder früher gab da öfters wasser wie in den dingern wie allerweilen vielleicht haben sie auch ein bisschen balanciert hier natürlich wieder natürlich gleich mal hier dass ich hier stand ein sehen ja leute dann muss ich leider aber doch nicht mit der mich erwischt dann bin ich gleich hier gestanden also den räuber ist nämlich mit dass man hier noch nicht da waren wir schon mal drin so es hat geheißen immer diesen figuren da aber naja ich hab halt schon viele zerstört hier und dann gehen wir den questmarker mal weiter wahrscheinlich wird er uns erst zu quest werden wir hin müssen mit sich mir erst mal jawohl ganz gut so wir müssen wieder nachessen hier nachwaffen schön jen fleisch nehme ich mit paprika teil blätter witzig dabei ist mir neu fehler oder hier sind auch schon erstmal auswirkung jetzt ein verliebchen ausreißen ja also hier sind die viecher ja eindeutig spur führt da richtung mag ja wir sind lungenkranker ja das ist tatsächlich man kann hier der spur der starten hier gehen und ja hier ist natürlich der dinger das steht ja wie heißt ja die wahl da war mir immer rein das schafft man in der folge nicht weil das ist wieder eine kletter folge dann ja und rätsel folge sozusagen ist immer ein bisschen rätselhaft da drin so da jetzt werden sie mir erst mal ich weiß allerdings halt nicht wie lange ich mir erst mal deswegen warte mal ganz kurz manchmal passiert mir das ich mag die nicht aber ja deswegen muss ich jetzt beim kriegen damit weg ist da ja genau darum würde ich die viecher gern zerstören diese polypen jetzt wird euch der verteugt ja ich bin ja zwar nicht aber ja die nerven einfach nur einer stoffe noch da sind das jetzt nicht dann trotzdem das kleine ding hier da geht es wieder raus aufladen und wir haben dann krank doch in trist deswegen haben wir eine minute wenig hat zeit ja da wie war das eine minute ja ich weiß nicht immer diesmal netzer zwei polypen sogar auf einmal auf einmal ehlende stinke käfer hier das ist noch ein großer ne nur kleine ne kann ich aber auch nicht äh äh ich bin fast nicht klein hier naja da ist ja auch noch so ein bauch äh oh hier ist ein polyp ok danke ok ah nein Leute, ich halte es hier nicht doppelt. Das geht nicht. Die haben ja versucht, der Helfer war ja Gift, ne? Aber da ist es wirklich gut, wenn ihr einen Bogen dabei habt, oder ihr könnt natürlich auch mit dem Schwert oder so Hit-and-Run-Technik machen, geht auch. Aber das angenehme mache ich mit dem Bogen. Na gut, die brauche ich nicht. Das sind jetzt das Gift, aber nicht, ich weiß es, ne? Na gut, ich habe sie glaube, angeschossen, ja. So, warte mal, hier werden wir schreien, ist doch zum Schreien. Hier wäre das drin, oder? Ja. 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 Das ist das. Ja, dann gehen wir schneller da in Ruhe. Okay. Ah, da sind die Knochenpfeile. Ah, ist doch nicht erfolgreich. Da geht es wieder nach unten. Ja, da schreien die anderen in der Richtung, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich kommt man da irgendwo an zum Schreien, aber ja. Da ist es halt wirklich oben. Da irgendwo oben, wo man nicht hin käme, oder ich weiß es nicht. Zeig mal. Also ich gucke jetzt in der Richtung, muss er sein, der Schreien. Er könnte da oben sein. Die habe ich mir natürlich nicht. Ich probiere es jetzt mal tatsächlich nochmal hier. Aber die anderen, die im Meer ist mal irgendwo drin versteckt, sind oder auch nicht. Die hasse ich, die Schreine. Die können wir mal sonst wo. So. Ah, da ist er ja, okay. Ja. Ah, das war jetzt nicht mein Plan. Oh, schreiender Flamme. Am. Was ist das hier für eine? Na, okay. Da geht auch ein Weg, okay. Alles klar. So, den haben wir jetzt wirklich mal einfach mitnehmen können, den Schreien. Was ist das hier zum Schreien? Aha. So. Mir erst mal. Okay, hier sind wir am Punkt. Wir haben jetzt viel erreicht. Wie geht der Dämmerung? Neuer Ort platiert. Position erreicht. Was seid ihr? Was bist du? Ach, ne Brutmanstrosität. Okay. Ach, so ein blödes Viech. Ah. Ich schieße so komische Trocken hier. Autsch. Nochmal ein bisschen Heilung. Äh, w-w-w-w-w-watze? Ja, die blöden Insekten, die hier da haben. Autsch. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bup, 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 bup. Äh, warte mal. Ich brauche mich. Ich habe mich. Ach. Zack. Warte mal. Wir können auch ein bisschen hier Geschosse aufdrösen hier. Hälfte mal. Ja, komm, ich habe ein Zauberpottes hier. Na, jetzt kommt die Spiecher auch noch. Boah, das ist eken. Boah. Ihhh. 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 Was weiß ich? Okay. Ich habe gar keine Waffe, ich habe gar keine Waffe, ich trottet. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch. Ja. Ja. Verdammt. Okay. Wiederkehren. Ja, mit dem Kehrbesel wiederkehren. Ne. Ja. Da. Schön, wiedergekehrt. Jawohl. Schön, schön, schön. Also gut, dann können wir wieder hinrennen. Ja, ich muss mir jetzt hier mal wieder, äh, das ist so natürlich, ne? So, mal hier Heiltrinke reinschmeißen. Das Ding können wir vielleicht mal benutzen. So, dankeschön. Und, ach, das ist leer, jawohl. Dann können wir noch, ich bin hier, knuschbar und, sicherheitshalber, da. Ja, ihr seht, 17 haben wir normalerweise an Zeit. Das versuche ich jetzt natürlich ganz schnell. Ja, jetzt ist das Vieh natürlich, jetzt hat sich das wieder regeneriert, ne? Also ich, wieder. Aber naja, was willst du machen? Okay, irgendwas wird da gekillt. Vokallager. Jetzt haben wir halt auch nicht mehr so viel Ausdauer, klar, weil, ja. Äh. Diese blöden Insekten da, die sind so nervig. Das Gleit Bienen, was das Vieh da schießt. Da hast du halt auch wirklich keine richtige Abwehr. Warte mal, wir nehmen halt dann das Drachenschwert in die Hand. Also, Waffen mangelst halt nicht, aber, ja gut. Und Vieh, das magst du halt auch wieder weg, wie ein Bogen, am besten, aber, ja. Hat nicht so geklappt, wie das Volk. Hat nicht so geklappt, wie das Volk. Ja, es ist halt schade, dass wir, nee, da wollen wir nicht runter mit dem Gleiter, dass wir da nicht irgendwie... ...bisschen gerät aufliegen, als nicht so, so gleich in Richtung nach unten, ne. Aber so verdreckt und so richtig gleitend, oder so richtig aufwind, kann man da gar nicht liegen. Das wäre halt auch nice, wenn es so ein System gäbe, dass man sich da Aufwind hier irgendwie suchen kann. Und dann, wenn er dann höher getragen wird. Mein Kleider ist sowieso beschränkt, von wegen, ähm, Ausdauer. Und daher kann man es ja eigentlich gar nicht großmöglich aus, mit Salbei-Bledern, ey. Das ist tatsächlich Salbei. Gut, jetzt machen wir folgendes, wir werden da ein Schrein hinbauen, oder... Nee, kein Schrein, sondern ein Altar. Sag ich mir wieder falsch. Das ist ein Geich-Gesicht hier. Oh, geil! Das hat man doch gar nicht. Ja, dann sammle ich das schnell mal ein. Dann kriegt man hier Stroh. Mehl bei Schleifsteinen. Neues Rezept, was ist denn das noch? Ist das noch Salbei? Nee, dann ist ein Faser. Okay, Geilometer, wieder ein neues Rezept gelernt. Ja, gut, äh, weiter können wir eh nicht, weil das mir jetzt mal wieder anfängt. Dann setzen wir mal in sein Altar. Ja. Ah, wieder da reingrennt, ein Scheiß-Biech da. Ich hab das jetzt auch wieder respawnt, oder wie war das? Ich weiß es gar nicht. Dinger respawn. Wenn ich mich auslogge, ja, dann ganz sicher, aber... Also, die Käfer sind nicht gespawnt, okay. Achso, ja, doch. Da hätt' auch ein Altar hinbauen können. Ja, äh, okay. Okay. So, alles nehmen. Ja, dann... Auf zur Runde 2, hätte ich sagen, ne? Warte mal, wir könnten uns ganz kurz, bevor ich das nicht wieder mal vergesse, dann... so einen neuen Altar bauen. Ja, vielleicht gleich... Ja, ich weiß es nicht. Ist es? Nee, ne? Ist es nicht okay? Da sind wir wieder. Du musst es halt angreifen, ne? Das, äh... Oder wartet mal, wir können mal die anderen Pfeile hier mitnehmen, die sind besser. Ja, solange er diese Possen hier schießt, ist was recht. Aber wenn er die Insekten da dann schießt, das ist, äh... Das war mal ein anderer Pfeile wieder. Warum manchmal da immer noch ein Pfeil rausrutscht, das weiß ich nicht. Boah, ist das viel ekelhaft, ey. Das ist geil. Aber wenn man so zurücklaufen, das ist gut. Bis jetzt hat es eine komische Sieger da nicht verschossen hier. Also, das Pfeil ist auch manchmal anders, wie, ja. Ne, ich mit meinem Röckle da, ne? Ha! Okay, baue ich einen Alchemie-Tisch. Wie, das haben wir jetzt einfach nur, wenn wir das Pfeil da verstören mussten? Ah, nee, da haben wir es, ja. Ach so, ja, wie, der, 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 der Scheiß hier, das, äh... Die ist eigentlich tot und dann kommt es nochmal mit, äh, weniger, äh, Dings da und dann nervt es bloß noch. So, äh, Alchemie-Tisch beim Alchemist. Wie geht Dämmerung? Okay, das ist aber auch noch eine Markierung, ich weiß nicht. Antiseptikum? Gut, ja, weil wir brauchen das. Ja, mal schauen, was wir dann natürlich wieder für das Zutaten brauchen, ne? Das ist, äh, auch wieder die Sache. Jetzt gucke ich mir das den Ort nochmal ganz kurz an. Vielleicht ist da auch noch eine Nachricht irgendwo. Wenn ich das nächste Mal, wenn ich natürlich wieder einlogge, ist das wieder da, dann kann ich das nochmal bekämpfen. Und, naja, gut. Ich meine, jetzt im zweiten Anlauf war es eigentlich relativ easy, den Bogen. Also ich sehe hier nicht, dass da irgendwas sein soll. Warum die, die da immer noch, äh, im Tagebuch. Beuring sagt, dass Ikora früher in Rauenblick lebte, einer Stadt in den Nomaden, äh, Nomadenanhöhen. Weil ich sage, Kessel, äh, in ihrer Werkstatt bin, nach so, ja gut. Ist aber nicht. So, Ikora, da war es von ihr für übrig, war es besiegt. Der schwarze Kessel musste unter ihren Übristen sein, der Alchemist, äh, würde ihn brauchen können. Ach so, das, wie ich war, dann. Aha, interessant. Sechs Punkte haben wir noch im Einsatz, sind 81 Punkte, okay. Sechs Punkte haben wir noch zu verteilen. Ja, mehr geht ja eh nicht momentan. So, gut, alles klar. Lassen wir mal schauen, da haben wir jetzt unser Zuhause. Kann ich jetzt? Ne, kann ich auch nicht. Kann ich noch einen Wegpunkt machen. Das ist merkwürdig, das ist immer noch klingt. Ja, dann haben wir es erledigt, Leute. Ich meine, wenn ich nicht auf dem ersten Anhieb, auf dem zweiten, dann sowieso, ne? Aber wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch? Zeig mal, äh, 48. Naja. Das ist nix. Da muss ich bald schon wieder auf andere Pfeile umsteigen, weil Bronze, ja gut. Das ist das nächste Problem, ne? Wenn ich natürlich Material sammeln könnte und dann natürlich Bronze herstelle, könnte ich Pfeile am Master herstellen. Aber, ja, das hab ich halt. Ich hab wirklich nicht die Zeit, das Zeug hier noch zusammenzufarmen, zu grinden hier. Das ist es einfach. Aber es wird auch wieder irgendwann anders. Da sind wir im Spiel durch, dann brauch ich nicht so grinden. Sag mal, sowieso macht es mir halt ein bisschen schwerer, ne? Danke. Wo bist du ein Hühner da? Weißen keine Hühner, oder? Das ist ja so ein Schnarch-Dings da. Da kannst du da schlafen. Ich meine, was haben wir da? Na, Komfort haben wir eigentlich nicht, oder? Doch. Level 1-Komfort. Wow. Wie viele Minuten kriegen wir da? Ich weiß es gar nicht. Das zählt noch. Das zählt aber ganz schön lang hoch noch. Ähm. Das hört geil mal auf. Der Komfort-Level 1. 11 Minuten, echt? Hm? Das kam mir weniger vor. Aber das wird ja auch erhöht. Das weiß ich natürlich nicht. So, das Ding lassen wir mir hier mal stehen. Weil hier ist ja auch... Ach, schon wieder ein Schreiner-Flamme. Ich hätte halt gerne ein kleines Häkel, dass ich den schon mal besucht hätte, zum Beispiel. Das wäre mir lieb. So wie bei den Wurzeln. Ne? So. Das wird eh jetzt gleich wieder dunkel. Wir werden uns nach Hause beamen. Dann das Ding, das stellen wir die nächste Folge dann auf. Darf ich bloß nicht vergessen, den Kessel. Ah ja, ich könnte man da auch noch sofort aufstellen, aber... Ja gut, das gibt es ja Quests, ne? Oder keine Ahnung, weil der Hate schrieen hat hier. Hat er? Gleich mal. Ja. Der hat auf jeden Fall wieder eine Quest. Aber das machen wir das nächste Mal. Ich sage jetzt wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es dann eben bei der nächsten Folge. Lass der unbedingt wieder dabei sein, wenn er es sehen wollte. Ich sage tschüss, bis denne, euer Lego. Bye, bye.